Einfach für ESL, Team Ja Nein Hocherotisch Bruder Oh Junge, gönne Ja Nox, erzähl mal, wie bist du zu Funktionsdrucker gekommen? Ach Brudi So Leute, herzlich willkommen zu deinem Video Ich heiße Funktionsdrucker ins Endgame Warum? Das ist eigentlich eine lange Story Also, ich habe jetzt wieder Berufsschule, online Und ich hatte einen Drucker Am Anfang hat es geheißen, wir brauchen keinen Drucker Aber dann hat es geheißen, ich brauche einen Drucker Ich habe mir einen Druckerpatron gekauft, für meinen 5 Jahre alten Drucker Und ja, der geht nicht mehr Ich habe 20 Euro umsonst gewastet Für Druckerpatron Für Druckerpatron Jetzt habe ich mir letztes Wochenende einen neuen Drucker bestellt Und der hieß halt, Multifunktionsdrucker Und ich dachte mir, ich nehme mich jetzt ingame HP Multifunktionsdrucker Aber Multifunktionsdrucker ist zu lang Und deshalb nur Funktionsdrucker Ach Gott Das ist die schönste Geschichte, die ich je gehört habe Ja, also Nope Das ist Stroh Warum liegt der Stroh? Äh Nox Was ist dein Lieblings abgelehnt Pack? Ich hatte jetzt schon 3 Versionen davon aus Äh Also, ich habe alle 3 und ich spüre mir einen Zweier Nice Digga In 2 Wochen sicher V4 Digga Ich höre, ich boost mich mal Ui, das ist ne Chest Das sind 2 Chests Äh Oh Tschüss Ich glaube wir werden die Zubs genommen Wir laufen erstmal Wir laufen erstmal Ich glaube die gehen jetzt die Zubs Hä, was ist los? Ähm Wir werden vorig vom 4er Team für Iron Oh, legit Oh, 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 fuck sind da viele Menschen Maury Scheissnack Oh, in Half-Life Das wollte ich vielleicht nicht ignorieren Maury Zapi Ja, da Emger Oh Hä? Hä? Ja, plötzlich von 1 Hahahaha Ich bin Funktionsdrucker Ja Ja, ich komm schon hoch Ich Ich komm schon, Schatzi Jetzt nach oben Hallo, Grüß Gott Ja Ja, hängt Hä, Junge, man flackt einfach die ganze Zeit zurück Ist halt so Oh, noch mehr Warum hab ich Shetban, man? Okay Meine Rot ist kaputt Ghostly Weg, 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 weg Einfach drauf, da Hä, echt so, ey? Das ist drauf, ey Nein Gehen wir nicht hier hoch Nein, wir sind hier in die Höhle gegangen Haju, wir waren halt hier lehnen Das ist Waterfight Das ist Waterfight Nur im SG, Junge Drip 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 Du musst deinen Helm einsammeln, Kollege Leckabel, ja Welchen Helm? Den, den ich gerade gedroppt hab Ich geb euch erstmal noch keinen Egal Ich brauch keinen Helm Perfekt Ich brauch keinen Ich hab doch schon Meine Gucci-Glasses Ich hab doch schon meine Gucci-Glasses Ich brauch nicht mehr Hat jemand Essen? Sieht man das? Ja Alter, wer ist er denn? Alter Nee Ihr habt ne Tierhaxt Hilfe, lau Ist da immer jemand bitte schreiben? Aaaaaaah Ich hab beide YouTube-Kanal? Oder Twitch? Ja Ich hab beides YouTube an Deutsch Ok, hier Ja, ich frag einfach Tom Lass ihn mir dann links schicken Ja, der schaut bei den zwei Jungs vorbei Äh Und bei Tom Wart rein Schönen Tag Und ciao Und ciao